Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Schweiz, liebe Freunde der direkten Demokratie. Ich begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 10. April 2024. Die Schweiz ist ein politisches Natur, ein politisches Evolutionswunder und sie müsste eigentlich unter Denkmalschutz gestellt werden. Das aber passiert nicht. Wir müssen die Schweiz selber schützen, wir müssen die Schweiz selber verteidigen und der Schweiz können am Ende nur die Schweizer gefährlich werden, wenn sie eben den Willen zur Schweiz verlieren, wenn die Kraft nachlässt, diese einzigartigen Volksrechte, diese Volkssouveränität zu verteidigen. In der Schweiz, und das ist das einzige Land der Welt, in dem es so ist, in der Schweiz ist der Bürger noch im umfassenden Sinne des Wortes Bürger und Souverän. Kein Gesetz, kein Verfassungsartikel kann in der Schweiz in Kraft treten, ohne die ausdrückliche und stillschweigende Zustimmung des Volkes oder und der Kantone. Wir lassen uns nicht von fremden Potentaten, von fremden Herrschern, von fremden Richtern rein, die Suppe spucken. Wir sind unseres eigenen Glückes oder Unglückes Schmied. Und so muss es auch bleiben. Die Schweiz ist ein Sonderfall, meine Damen und Herren. Und wir dürfen das einfach nie vergessen. Aber dieser Sonderfall ist natürlich ein hochgefährdetes Pflänzchen, ist auch einzigartig auf diesem Planeten. Und dieser Sonderfall ist ständig bedroht. Und akut bedroht ist er nun durch diesen Gerichtsentscheid, der gestern zur vielleicht allgemeinen Fassungslosigkeit da in Straßburg am Gerichtshof für Menschenrechte gefällt worden ist. Ein unglaubliches Urteil gegen die Schweiz. Die Schweiz wurde verurteilt wegen Menschenrechtsverletzung im Zusammenhang mit dem sogenannten Klimaschutz. Wenn einmal abgesehen davon, dass man das Klima nicht schützen kann, weil das Klima ein dynamischer Prozess ist, ist dieser Entscheid ein Skandal in zweierlei Hinsicht. Erstens war schon die Klage absurd gegen die Schweiz. Von dieser Gruppe sogenannter Klimaseniorinnen, die der Schweiz vorgeworfen haben, die Menschenrechte zu verletzen, weil sie angeblich zu wenig unternehme gegen den Klimawandel. Nun ist die Absurdität, die Abstrusität, die Abwegigkeit dieser Klage natürlich darin zu sehen, dass die Schweiz auf sich allein gestellt überhaupt nichts unternehmen kann, um das Weltklima zu beeinflussen oder das Klima in der Schweiz. Wir könnten uns auf den Kopf stellen, wir können die Gletscherschmelze nicht stoppen. Sie könnten heute mit einer gigantischen Laubsäge die Schweiz aus der europäischen Kontinentalplatte herausfräsen und ins Weltall katapultieren. Das hätte auf die weltweiten Temperaturentwicklungen keinen messbaren Einfluss. Das heisst durch ein Aberwitz, überhaupt nur so eine Klage zu machen. Und es ist meines Erachtens auch ein Missbrauch dieser Menschenrechtsparagrafen des Gerichtshofs in Straßburg. Nun aber wird der Wahnsinn der Klage noch getoppt durch die Verrücktheit dieses Urteils. Das ist nicht erwartet worden. Das war sogar zur Überraschung der einschlägigen Kreise. Sie haben jetzt also die Richter dieser Klage stattgegeben und gesagt, doch, die Schweiz muss hier mehr unternehmen. Sie hat diesen KlimaseniorInnen sozusagen die Menschenrechte abgewürgt, dadurch, dass eben angeblich zu wenig gemacht worden sei. Das hat nun natürlich Kostenfolgen, es wird politische Folgen haben. Und es ist ein Angriff auf die schweizerische Demokratie. Denn unsere Klimapolitik, wir machen ja enorm viel, die Umwelt in der Schweiz zeichnet sich durch einen vergleichsweise hohen Grad an Intaktheit aus. Also man ist da ja bereits Vorbild genug. Aber das reicht anscheinend diesen Richtern nicht, die da ein Exempel statuieren wollten gegen diese unbotmässige, eigenständige Schweiz. Und das ist ein Versuch hier, die Demokratie auszuhebeln. Denn in der Schweiz ist die Klimapolitik, auch das ist weltweit einzigartig, demokratisch abgestützt. Wir hatten Abstimmungen über dieses Pariser Klimaabkommen, über die CO2-Gesetze. Wir haben zum Teil dagegen, zum Teil dafür gestimmt. Das ist die Demokratie, das ist der Rechtsstaat der Schweiz. Recht heisst, Rechtsstaat heisst, alle halten sich ans Recht. Und was Recht ist, bestimmen in der Schweiz Volk und Stände. Und nicht fremde Richter in Straßburg oder Schweizer Richter, die in diesen Gremien auch noch einen Sitz nehmen und gegen die Schweiz, gegen den Schweizer Souverän, gegen die Schweizer Demokratie urteilen. Das ist skandalös und das ist zutiefst aus meiner Sicht undemokratisch. Und es ist auch eine Ohrfeige an all jene Kreise, die damals, als die Schweiz beigetreten ist, diese Menschenrechtskonvention hoch und heilig versprochen haben, dass die Schweiz ja gar nicht verurteilt werden könne. Weil die Schweiz ja in menschenrechtlicher Hinsicht ein Vorbild sei. Alles Schall und Rauch, alles leere Versprechungen oder man könnte sagen Lügen, vielleicht sogar wieder besseres Wissen, weil es gab damals auch schon Warnungen, dass eben die Richter in Straßburg diese Menschenrechtsparagrafen dynamisch, maximal invasiv, imperialistisch auslegen könnten. Denn der Skandal besteht natürlich darin, dass diese Richter sich jetzt zu eigentlichen Gesetzgebern in der Schweiz aufschwingen, dass sie sich über den Souverän über die Verfassung stellen. Es passiert also genau das, wovor die SVP gewarnt hat, damals bei dieser Volksinitiative gegen die fremden Richter. Landesrecht statt fremde Richter. Das wurde zurückgewiesen, auch mit der Behauptung, ich habe selber an diesen Diskussionen teilgenommen, zum Beispiel an der Universität Freiburg. Da wurde von den Völkerrechtlern und Juristen erklärt und beteuert, es könne überhaupt nicht passieren, dass die Schweiz da volksentscheidungsmässig ausgehebelt würde aus Straßburg. Jetzt haben wir ein weiteres Beispiel dafür, nachdem Straßburg ja auch schon im Bereich der Migrationspolitik, der Migrationsgesetze sich über die Schweizerische Bundesverfassung hinweggesetzt hat. Das ist schon sehr besorgniserregend, was da passiert. Und insofern ist das ein bahnbrechendes, ein historisches Urteil, allerdings nicht in diesem hymnisch-positiven Sinn, wie es da die linken Medien sehen, sondern das ist ein schwarzer Tag, das ist eine schwarze Stunde für die schweizerische Demokratie, die natürlich zeigt, dass in Fragen dieses Klimaschutzes, dieser Klimapolitik, die Demokratie nichts mehr wert ist. Da geht es jetzt einfach darum, dass die bestimmten politischen Gruppierungen mit Beihilfe von Richtern und Juristen ihre Agenda durchziehen, koste es, was es wolle. Und ich werde dem Verdacht nicht los, dass eben dieses Europaratsgericht an der Schweiz ganz absichtlich ein Exempel statuiert hat. Also hier gilt es nun, sich politisch zu wehren. Da müssen die Parteien, bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt entsprechend handeln werden. Wie sehen die Reaktionen aus bei uns? Die Linken, die Grünen applaudieren natürlich, sie sind des Lobes voll. Das lässt auch tief blicken, das ist entlarvend, dass man hier offensichtlich keine Probleme hat, wenn sich Richter über Volksentscheide hinwegsetzen. Das ist wichtig, das muss man sich merken als Stimmbürger, als Souverän, als Wähler beim nächsten Mal. Das sind also die Politiker und die Parteien, die nicht primär solidarisch und loyal sind zu unserer Verfassung, zu unserem Souverän, sondern die bei Bedarf eben die internationalen Richter davor schieben. Das ist ja die Gefahr, die es jetzt auch gibt mit diesen Verträgen mit der Europäischen Union, dass dann der Normalfall eben genau darin bestehen könnte, dass eben auswärtige Instanzen, fremde Richter anstelle der Schweizerinnen und Schweizer, entscheiden für uns. Und das ist gefährlich, weil wir wissen eben besser, was für die Schweiz gut ist, als diese entlegenen und abgehobenen Instanzen. Auf der bürgerlichen Seite hören wir verhaltene Kritik vonseiten der Mitte und vonseiten der FDP. Am schärfsten ins Gericht geht mit diesem Urteil die SVP. Sie fordert, dass die Schweiz nun austreten möge aus dem Europarat. Da wird interessant sein zu beobachten, wie sich die SVP-Europaratsmitglieder Alfred Heer, Roland Büchel etc. positionieren. Ich würde diese Forderung auch unterschreiben. Dieser Entscheid, dieses Urteil geht ganz klar zu weit. Das ist ein Angriff, das ist ein Torpedoangriff auf unsere direkte Demokratie. Greta Thunberg natürlich begrüsst dieses Urteil. Andere Kreise und auch in der Europäischen Union werden sie sich diebisch freuen, dass da die Schweiz, die doch eigentlich eine vorbildliche Rolle spielt beim Umweltschutz, dass die jetzt da so zusammengestaucht wird. Also meine Damen und Herren, zum Schluss hier meiner fassungslosen Zusammenfassung, am Schluss hier der Appell, wir müssen die Schweiz verteidigen. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass wir hier dafür sorgen müssen, dass wir dafür zu sorgen haben, dass nicht irgendwelche Richter oder eben selbsternannten Instanzen sich dazu Gesetzgeber in der Schweiz aufschwingen. Und ich kann nur hoffen, dass dieses Urteil jetzt einigen bei uns die Augen öffnet, mit Blick auf die Verhandlungen mit der Europäischen Union, all diese Traumtänzer und Illusionskünstler und Zauberlehrlinge, die da beteuern, die Schweiz könne sich dann schon durchsetzen und wenn sie dann erst institutionell angedockt werde an die Europäische Union, dann könne sie dort ihre Interessen erst recht zur Geltung bringen. Das ist doch alles dummes Zeug und das sehen wir jetzt auch hier, sozusagen zur Kenntlichkeit entstellt bei diesem Gerichtsurteil. Wenn wir schon bei den negativen Nachrichten sind, ziehen wir es gleich durch, wie bei einer Wurzelbehandlung. Ich habe aus Basel eine Zuschrift von einem Unternehmer erhalten und der beschreibt mir da den täglichen Kafka mit der Bürokratie. Wir leben ja im Kafka-Jahr und Kafka, der Schriftsteller, hat ein Flair für absurde Prozesse und labyrinthische Verwicklungen des Lebens. Und so muss es Unternehmen ergehen, die sich heute bei Ausschreibungen im öffentlichen Bereich mitbewerben. Die müssen dann nämlich, und das schreibt mir eben dieser Unternehmer, Formulare unterzeichnen, in denen sie belegen, dass in ihren Betrieben Frauen lohnmässig nicht diskriminiert würden. Als ob diese Firmen, diese Betriebe nicht Gescheiteres zu tun hätten, als da in einen Papierkrieg einzusteigen mit den Behörden. Die Vorschriften, die Verbote, die Regulierungen sind ohnehin schon eine wachsende Zumutung. Und wir sehen dieses Geflecht immer dichter, immer struppiger, immer lähmender werden. Nicht nur im Bereich der Wirtschaft, wir sehen es natürlich auch im Bereich der Medizin. Das ist unglaublich, wie auch den Ärzten da das Leben schwer gemacht wird. Viele Klagen erreichen uns da bei der Weltwoche. Wir werden das einmal zu verdichten haben für einen grösseren Artikel. Aber auch in den Schulen. Die Lehrer können einem doch leidtun, wenn man sieht, in was für Berge, in was für Himalayas von Papierformularen sie da lawinenmässig ertränkt und zugeschüttet werden. Importierte Kriminalität, die deutsche Einwanderungspolitik ist planlos und gefährlich. Gestern, die Alarmierenden, die Zahlen da aus Berlin, die steil nach oben gehen. Auch die Ausländerkriminalität ist stark im Zunehmen begriffen. Ich musste einfach etwas stutzen und fast schon schmunzeln, wenn ich jetzt sehe, wie auch schweizerische Zeitungen da ganz beherzt über diese Vorgänge in Deutschland schreiben. Wo waren denn eigentlich diese Schweizer Journalisten, insbesondere hier etwa bei einer Neuen Zürcher Zeitung, wo waren diese Journalisten vor ein paar Jahren, als da das Politestablishment in Bern einvernehmlich die Masseneinwanderungsinitiative versenkt hat? Wo waren all diese nun ach so besorgten Medienvertreter, als vor vielen Jahren einsam, einsam der Rufer in der Wüste die SVP vor dieser völlig ausser Rand und Band geratenen Migrationsproblematik gewarnt hat? Auch und gerade mit Blick auf eben jene Zuwanderung, die direkt in unseren Sozialstaat geht oder eben indirekt in unsere Gefängnisse. Das sind einfach Tatsachen, aber auch hierzulande hat man es vorgezogen, von Seiten der Politik, weiten Kreisen der Politik, aber auch der Medien, den Leuten Sand in die Augen zu streuen, Polemiken zu veranstalten gegen all die, die nun bestätigt werden durch die Wirklichkeit. Gute Nachricht auch hier, zum Glück kommt das jetzt ans Licht, man kann es nicht mehr länger verdrängen und auch ich bin gerne bereit, mich da nicht aufzuregen über die Journalisten, die geirrt haben, sondern ich freue mich natürlich darüber, dass jetzt der Irrtum korrigiert wird, auch wenn sie sich das niemals eingestehen werden. Der Blick, die Boulevardzeitung, schlägt sich auf die Seite vom Bundesrat Rösti, der ja seinen Rahmen, seinen Mantel Erlass durchbringen will, um den Bau von Energieproduktionsaggregaten und Kraftwerken da voranzutreiben. Man hat sich da ja in eine Notlage hinein manövriert, ohne Not. Dieser kopflose Entscheid nach dem Tsunami-Unglück in Japan ist ja auch die Schweiz teilweise ausgestiegen aus der Kernenergie. Man hat gewarnt, natürlich die SVP hat schon damals gewarnt, man würde dadurch in Energieengpässe hineinschlittern, man hat das weggeschoben, man hat sich darüber lustig gemacht und jetzt stellt man fest, doch, wir haben einen Notstand und was passiert? Man versucht den Notstand mit Notrecht gewissermassen zu kompensieren und das ist der Sinn und auch die tiefere Problematik dieses Mantelerlasses, der natürlich darauf abzirkelt, dass man Volksrechte, Einspruchsrechte zurückbindet, um die Produktion solcher Anlagen voranzutreiben. Das ist besonders brisant, weniger bei den Staumauern, die nicht unbedingt in Wohngebieten angelegt werden, aber nehmen Sie die Windräder, diese gigantischen Kathedralentürme, Türme der Klimareligion, die sind natürlich auch maximal invasiv, die sind sehr, sehr präsent und die neigen auch dazu, unsere Landschaft zu verschandeln, aber eben in Zukunft käme dieses Stromgesetz durch, hätten wir weniger Möglichkeiten, dagegen auf die Barrikaden zu steigen. Rösti tritt dafür natürlich ein, weil das gewissermassen auch der Grund ist, warum er Bundesrat geworden ist. Er konnte sich damals mit den Linken da zusammenraufen, man hat sich getroffen und Kompromisse gemacht, aber die Partei scheint ihm da von der Fahne zu gehen und der Blick, die Boulevardzeitung, anstatt die Nöte der Leute ernst zu nehmen, schlägt sich obrigkeitshörig, wie leider auch in der Schweiz viel zu viele Journalisten sind, schlägt sich da die Zeitung auf die Seite des Bundesrates. In Bellinzona steht ein Theologieprofessor wegen eines, ich zitiere, homophoben Artikels vor Gericht, dem in Lugano lehrenden Professor Manfred Hauke wird Diskriminierung und Aufstachelung zu Hass vorgeworfen, er bestreitet dies. Ich habe die entsprechenden Unterlagen angeschaut, es handelt sich da um eine, glaube ich, monatliche Broschüre eher konservativer, theologischer Kreise aus dem Katholizismus, das sind aber sehr akademisch hochstehende Aufsätze, die dort veröffentlicht werden und ein Aufsatz von einem polnischen Theologieprofessor beschäftigt sich kritisch mit, wie er schreibt, homosexuellen Netzwerken im Vatikan, in der katholischen Kirche. Ja, da fallen auch ein paar scharfe Worte und Begriffe, aber nicht die Homosexuellen insgesamt werden da beleidigt oder herabgesetzt, sondern es geht da nach Auffassung dieses Theologieprofessors ganz gezielt um bestimmte Seilschaften, die er als problematisch erachtet. Und das ganz grosse Problem ist nun natürlich, dass der Herausgeber dieser Monatsschrift eben der Professor Hauke da vor Gericht gezogen wird von homosexuellen Organisationen, die darin nun eine umfassende Diskriminierung wittern und das ist auch eine Negativentwicklung in unserer Öffentlichkeit, dass man immer mehr Auseinandersetzungen da vor den Richter zieht, anstatt einfach dagegen zu argumentieren. Man kann ja diesen polnischen Theologen mit besseren Argumenten übertrumpfen. Warum muss man die verurteilen? Das ist auch undemokratisch, das ist Teil jener Cancel- und Ausgrenzungskultur, dieser Unkultur, die wir zusehends auch in der Schweiz sich am Ausbreiten sehen. Wir plädieren dafür auch in unserer nächsten Titelgeschichte, dass man eben mit allen immer redet. Man muss reden miteinander und aufhören da mit diesen gerichtlichen Verlagerungen der oder Überlagerungen der Demokratie. Die Politik wird in die Gerichtssäle verlagert. Das haben wir auch bei diesem Klimaentscheid in Straßburg gesehen. Und das ist eine Gefahr für die Demokratie oder in diesem Fall für die Meinungsäusserungsfreiheit. Und es ist immer wieder zu betonen, dass Demokratie auch bedeutet, dass unangenehme, unerwünschte Meinungen geäussert werden dürfen. Und die hat man dann eben zu widerlegen und nicht gerichtlich zu verbieten, es sei denn, es handelt sich um handfeste Verleumdungen oder strafbare Kreditschädigungen, etwa im wirtschaftlichen Wettbewerb. Interessante Entwicklungen da bei der NATO. Der Generalsekretär Stoltenberg sagt, am Ende des Tages werde die Ukraine Zugeständnisse am Verhandlungstisch machen müssen. Mit anderen Worten, man gibt den Krieg mit den Maximalzielen gewissermassen der NATO und des Westens bereits verloren, so kann das interpretiert werden. Und La Repubblica aus Italien meldet die NATO-Plane eine Teilung der Ukraine. Die Idee erinnert an das Vorgehen der Alliierten 1945 in Deutschland. Das ist fürchterlich. Fürchterlich ist, dass man eben das Resultat, dass jetzt all diese Zerstörungen diese kriegerischen Handlungen hervorbringen, diese Resultate hätte man schon alle haben können vor zehn Jahren. Damals, als Henry Kissinger, der mittlerweile verstorbene Dwyer in der amerikanischen Aussenpolitik, geschrieben hat, die Ukraine müsse ein neutrales Land sein, eine Brücke zwischen West und Ost. Man hätte den Krieg auch noch vom Schlimmsten her eindämmen können im April 2022, als die Ukrainer und die Russen Millimeter vor einer Einigung standen. Das wurde allerdings verreitelt aus den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem Emissär Boris Johnson aus Grossbritannien. Ich bleibe dabei, unter den Kriegen, die man ja alle als unnötig bezeichnen kann, es gibt keine notwendigen Kriege, es kann manchmal notwendig sein, sich zu verteidigen gegen einen Aggressor, aber unter all den unnötigen Kriegen ist das hier vielleicht der unnötigste und auch der, der heute meines Erachtens am falschesten verstanden wird. Aber wenn es jetzt zumindest unter dem Druck der Wirklichkeit dazu kommen könnte, dass man da einspurt auf eine Verhandlung, auf eine Friedenslösung, dann wäre das zu begrüssen. Ein Jammer nur, dass die Schweiz durch ihre einseitige Teilnahme am Wirtschaftskrieg gegen Russland ihre Chance als neutraler Vermittler zu wirken, als Friedensinsel, dass sie die vertan hat. Aber auch da nicht verzweifeln, wir können das rückgängig machen. Die Neutralitätsinitiative ist ja da bereits von Christoph Blocher und seinen Kollegen eingereicht worden. In zwei Jahren ungefähr werden wir darüber abstimmen. Ist vielleicht für das unmittelbare Geschehen jetzt nicht mehr relevant, aber für die Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder ist das von grösster Wichtigkeit. Meine Damen und Herren, verteidigen wir die Demokratie gegen die heimlichen Despoten in den Gerichten, verteidigen wir die Demokratie gegen jene, die die Meinungsäusserungsfreiheit in der Schweiz einschränken wollen, vor allem aber wünsche ich Ihnen einen trotz allem wunderschönen Tag. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich aufs Wiedersehen spätestens morgen, jetzt aber gleich die internationale Ausgabe. Wir sehen uns.